So, hallo YouTube, grüzi, schön, dass ihr reinschaut und Johnny ist heute nicht dabei, denn Johnny hat einen flauen Magen, deswegen machen wir das alle zusammen, ich weiß, ganz langsam, es ist ein Mittwoch, Wochenende ist noch super lange hin, von daher machen wir das ganz entspannt. Und ich bin gerade übrigens on stream, deswegen, ich nehme das aus dem Stream, packe das auf Johnny's Channel und dann rein die Bücher. Hier seht ihr immer ein Overview über alle Sachen, die verändert wurden, es war ein riesengroßer B-Patch das letzte Mal, aber dafür kam halt der richtige Patch vor drei Wochen, von daher jetzt nochmal richtig ordentlich was gebufft, von daher gehen wir schnell drüber und ich versuche hier so ein bisschen alles kurz zu fassen, nicht alles so richtig mit 40 Minuten knackig auf den Punkt kommen, sondern eher so 20, 25 Minuten, ich gucke mal, ob ich mich dran halten kann, schauen wir mal, okay. Hier ist es so, dass man quasi überall ein bisschen weniger Zeit hat, das heißt in Stage 2, 1, 3, 2 und 4, 2 hat man weniger Zeit für die Augments, das ist quasi auch nur für Think Fast, ist okay, die wollen das Game ein bisschen langsamer machen. Dann Stage 4, 7, die erste und die zweite Runde vom Treasure Dragon haben auch jeweils 10 Sekunden weniger, das heißt wir haben naturell von dem Game insgesamt 50 Sekunden weniger, das ist oftmals auch Zeit gewesen, die keinem wirklich was gebracht hat, deswegen denke ich, ist das absolut fein. Player Damage ab Stage 8, 1, bekommen wir dann 150 Damage, weil irgendwann soll das Game quasi ein offizielles Ende haben, ich habe noch nie ein Game bis Stage 8 gespielt, aber soll quasi ein offizielles Ende geben, jetzt habt ihr es. Genau, hier, ganz wichtig, Assassins bekommen einen richtig krassen Nerf, man muss auch dazu sagen, 2 Assassins wurden ordentlich genervt, 4 Assassins sind noch ziemlich okay und 6 Assassins auch. Man muss dazu sagen, man hat irgendwann mal Pyke Kiana oder Pyke plus, äh, beziehungsweise sowas wie Talon und Kiana immer gespielt, weil du sowas wie Tempest und 2 Assassins bekommen hast. Und einfach Abuse hast, dass deine Space dann einfach kritten konnten, ne, deswegen soll jetzt quasi der 2er Trade genervt werden und wenn man zumindest mehr Assassins spielt, dann sollte man trotzdem zwar weniger Damage machen, aber deutlich mehr als dieser Degrees, weil das ist schon krass, von 15 auf 5, aua, das ist echt super krass. So, dann haben wir nochmal eine kurze Astraländerung und zwar vorher war es so, du hast nebenan 3 Astral, äh, siehst, okay, ich habe einen Oreon Zoll noch im Shop und ich gehe gerade sowieso mit Rolldown durch. Das heißt, du hast einfach einen Oreon Zoll reingetan, hast es, äh, 6 Astral und hast dann einfach diesen Extra Orb bekommen, beziehungsweise der dickere Orb und hast dann beim Rolldown, ne, die Orbs mitgefarmt. Jetzt ist es so, du musst erst der Ex-Astral drin haben, ne Runde gewinnen oder ne Runde spielen, gewinnen oder fehlen, ist unabhängig und dann bekommst du erst diese Astral Shops. 3 Astral funktioniert so wie vorher, das heißt, macht euch da keine Sorgen. Ansonsten, Astral bekommt auf jeder Stufe ein bisschen mehr AP, so ein bisschen Liebe, tut denen schon ganz gut. Astral Emblem wurde komplett entfernt, dadurch, dass man halt vorher, äh, Einheiten wie zum Beispiel Rise, du gibst, oder egal welche Einheit, du gibst dir das Astral Emblem und du hast die Einheit easy auch in den Astral Shops bekommen. Von daher, das ist ein sehr guter Nerf, finde ich, ähm, in High Elo wurde das ordentlich abused, in Low Elo, glaube ich, wurde das fast gar nicht abused, aber okay. Okay, Cannoneer wurde auf Stufe 1 genervt, auf allen anderen Stufen, äh, anderen Stufen verbessert. Ich hab heute selbst auf dem Patch quasi, äh, Tristana Reroll gespielt, mit Tristana Jinx 3, äh, hab dann Tahm Kench fast auf 3 sogar bekommen, aber nicht auf 3, äh, aber ja, mit 5 Cannoneers sah das nicht so geil aus, von daher, ich würd dann so bleiben wie, wie vorher, einfach auf, äh, 3er oder 2er Cannoneer bleiben und dann einfach Corki durchspielen. Mirage, Dawnbringer wird auf allen Stufen so ein bisschen angepasst, ein bisschen genervt, beziehungsweise auf Stufe, bei der 2er Stufe und bei der, also beim 4er und beim 6er Trade, äh, genau. Das heißt, überall so ein bisschen, äh, durchgenervt, man muss auch sagen, Dawnbringer war auch einer der sehr starken Trades an der Stelle, von daher denke ich, ist es okay. Okay, ich hab heute auch, ähm, Mirage, äh, selbst gespielt, auch mit Dawnbringer, sah mit Ion ziemlich okay aus, also ich hab da keinen großen Unterschied gesehen. Ansonsten, Rage Wing, ganz wichtig, auf Stufe 1 ist es gleich. Bei der 2. Stufe ist es so, dass man jetzt mehr Attack Speed bekommt und auf der letzten Stufe, das heißt auf 9er Rage Wing, hat man quasi 25% Attack Speed mehr. Man will quasi nicht nur diese Guild-Saya haben, sondern auch, also ein bisschen mehr. Wenn du auf 7 bist, eine Shyvana bekommst und sowieso Saya spielst, dann sollst du dich drauf freuen. Yo, ich hab eine Saya gehittet, ich will sie einfach spielen. Boom. Das heißt, jetzt wird es so ein bisschen belohnt. Ich sehe immer noch Guild-Saya über, äh, Rage Wing-Saya, aber okay. Ansonsten, Rage Wing Omnivamp, auf Stufe 1 geht's runter, äh, auf Stufe 2 bleibt gleich und auf Stufe 3 geht's ein bisschen zumindest runter. Dann haben wir nochmal das, äh, Revel Firework, macht einfach auf allen Stufen ein bisschen weniger Damage. Es ist nicht viel, aber es ist schon ein bisschen, äh, soll quasi in erster Linie, ähm, so anregend sein. Dass man ein bisschen mehr Cannoneer spielt, ein bisschen weniger Revel, weil aktuell ist es so, dass du mehr Revel spielst als Cannoneer und es soll andersrum sein. Ansonsten Schimmerscale-Items wurden alle quasi nochmal angepasst. Könnt ihr selbst ein bisschen durchlesen. Es sind super viele Anpassungen und es sind meistens einfach nur Nerfs, äh, eigentlich sogar immer Nerfs, würde ich sogar sagen. Beziehungsweise, ne, hier haben wir zum Beispiel einen Buff, äh, könnt ihr alles so ein bisschen durchgehen. Äh, man muss an der Stelle sagen, sie haben alles so ein bisschen auf eine Stufe gebracht. Es gab ein paar Orgments, äh, ein paar Items, die waren eher ein bisschen zu schwach, ein paar zu stark zum Beispiel. Diamond Hands mit dem Survivability, das war schon insane. Das wird jetzt so ein bisschen rausgenommen, ähm, dass es halt zum Beispiel hier, wie gesagt, äh, statt zwei Sekunden eine Sekunde geht. Auf Yasuo war das gigabroken. Genau, könnt ihr jeweils einzeln noch ein bisschen durchlesen für euch. Ich werde die nicht einzeln durchgehen. Wer dir Fragen habt zu den einzelnen Items, gerne in die Kommentare. Ich werde alles beantworten. Und, ansonsten, Tempest Attack Speed geht auf Stufe 1 runter, auf Stufe 2 bleibt es gleich, auf Stufe 3 geht es hoch und auf Stufe 4 geht es hoch. Weil, wie gesagt, gerade eben hatte ich schon gesagt, Ida spielt quasi ein Assassin plus Kiana plus dann nochmal Orn dazu. Orn ist eine super flexible Einheit, kannst überall reinspielen, eine der stärksten Frontlines. Wäre jetzt sogar die stärkste Frontline aktuell mit Idas natürlich, aber als alleinstehende Frontline. Bei Idas brauchst du ja zwei Plätze. Äh, genau, deswegen Tempest ein bisschen genervt auf erster Stufe. Aber wenn du mehr mitnimmst, einen Ao Shin reinspielst oder so, dann sollst du quasi belohnt werden. Trainer, Base, äh, HP soll quasi sinken. Aber, jetzt kommt's. Normsy, auf Stufe 1 bleibt es gleich, auf Stufe 2 geht es hoch, auf Stufe 3 geht es hoch und auf Stufe 4 geht es hoch. Das ist enorm krass. Ich habe auch heute schon ganz viele Mages gesehen, die in Normsy mit reingespielt haben und sah super strong aus. Und jetzt kommt nochmal der krasseste Buff von Normsy. Normsy hat vorher die Gegner verbrannt, aber sie haben keine klaffenden Wunden bekommen. Jetzt bekommen sie klaffende Wunden, das heißt, ihr müsst nicht unbedingt Sunfire oder Morello bauen, wenn ihr den Mann kennen, ihr spielt mit Normsy oder Mages mit Normsy spielt. Das heißt, GoFoyd spielt es einfach super strong. Im besten Falle nicht Hardforcen, weil wenn ihr früh in Normsy bekommt, dann wird sie auch stark. Wie gesagt, auf Stufe 1 ist sie quasi gleich geblieben und weniger HP. Das heißt, im Early ist sie noch ein bisschen schwächer. Wobei, eigentlich ist sie stärker wegen den klaffenden Wunden, das ist schon insane. Warrior Increased Damage on Enchant Attacks. Das ist halt das Ding. Du brauchst sechs Warrior. Normalerweise spiele ich immer Yon Carry in Warrior. Und dann willst du Yon natürlich auf drei machen. Das heißt, du bleibst super lange auf Level 6. Es macht es halt natürlich immer ein bisschen schwer, dann Level 8 zu gehen, Yasuo zu bekommen. Aber hier brauchst du Level 8, Yasuo, Potential Yon 3, plus nochmal die Warrior Spad, die man gar nicht erst erstellen kann. Man braucht sie aus dem Tome of Trades oder aus dem Augment. Von daher, wenn ihr einen Warrior Heart bekommt, geht dafür. Spielt Yon super strong, spielt da mit Yasuo rein. Hab heute schon mehrere Mal gesehen, dass 6er Warrior insanely strong sind. Aber auch 4er Warrior habe ich selber gespielt. Hab, glaube ich, einen dritten Platz gemacht, was absolut okay ist. Von daher, haltet euch ran und spielt gerne Warrior. Ist super strong. Bei den One-Cost-Units Nidalee, weniger Attack-Speed, Nidalee mit dem dritten Order-Attack hat sie weniger Damage quasi. Und man muss auch sagen, beim Golden Spadgler Cup, den ich gecastet habe, übrigens auf Englisch, hat man super oft Nidalee gesehen. Von daher, kommt ihr schon ziemlich gelegen, dass sie jetzt zumindest ein bisschen genervt wird. Ich habe sie selbst heute auch gespielt, sah nicht geil aus, hab aber auch nicht so gut gehittet. Vielleicht habe ich es auch nicht so gut gespielt, aber normalerweise ist es immer top 4er bei mir. Diesmal nicht. Lilia, ein Rundumschlag, übel viele Buffs. Also hier, HP gehen hoch, sie ist ein Frontliner, bedenkt das. Das heißt, die 50 HP, die tun ihr ziemlich gut. Vor allem, weil sie auch nochmal richtig viel Resistenzen bekommt durch Cavalier. Ansonsten, Attack-Damage geht runter, das hat absolut kein Schwein. Weil sie nicht dieser AD-Damage-Dealer war, oder ist. Attack-Speed geht hoch, macht schneller ihre Ulti dadurch. Und dann ihr Damage im Center geht auch hoch. Und das ist richtig knackig. Auf 1 und 2 will man sie Viable machen und deswegen erhöht man den Damage auf 1 von 150 auf 215 und auf 2 von 225 auf 275. Das ist richtig krank. Löwi, ich danke dir vielmals für den Zapf, wir gehen gerade ein bisschen die Patch-Notes durch. Nami, das ist wirklich so das krasseste, was überhaupt in diesen Patch-Notes drinsteht. Ihr habt hier einmal nicht mehr 90 Mana Kosten, sondern 75. Das heißt, 1,5 Autotex weniger. Also spielt Nami, ich habe sie mehrere Male heute gesehen, sah super strong aus. Also einfach 3 Astral mit Wladimir, mit Nami und in der Frontline nochmal sowas wie in Ilaue. Und später könnt ihr halt Wladimir droppen, Zoe rein und so weiter. Und dann spielt ihr halt einfach die Mages. Wenn ihr nicht wisst, wie die Mage-Comp aussieht, einmal unten in der View... Beziehungsweise kann ich das überhaupt reintun? Ne. Ähm, manio.com und dann die Tierlist abchecken. Dort findet ihr die Nami-Comp. Äh, quasi es ist einfach nur Mage-Comp. Äh, von daher gönnt euch das gerne. Dort sind auch mehrere... Draußen ist es gerade ein bisschen laut. Genau. Gönnt euch das. Einfach alle Comps durchgucken. Äh, ich werde sie auch jeden Tag aktualisieren. Von daher checkt gerne die Tierlist ab. Äh, manio.com. Tristana, weniger Attack-Speed. Das ist wahrscheinlich dem geschuldet, dass Tristana eine der stärksten Dukos-Units in diesem Game sind. Äh, im Early-Game kann sie super lange Windstreaken. Äh, wenn du ihr vor allem Rage-Paid oder Statics gibst. Und du bist halt einfach bei einer Fünfer oder Sechser oder Siebener Windstreak. Von daher wird sie jetzt einfach ein bisschen angepasst. Finde ich absolut fein. Äh, Swain. Weniger Attack-Speed. Äh, ne. Ja, weniger Attack-Speed, aber auch weniger HP. Ist absolut okay, weil er sowieso aktuell mit Squatch vor allem. Es gibt ja dieses Argument, was ihm extra Damage jeden fünften Autotech gibt. Äh, das heißt Squatch. Und damit ist er unglaublich strong. Und das soll dementsprechend entgegenwirken. Vor allem, weil du mit zweier Swain so viel gemacht hast, ne. Äh, Varus Attack-Speed geht ein bisschen runter. Ist nicht wild. Ist tut zwar Varus auch ein bisschen weh, aber ist nicht raus aus der Beta. Ich hab ihn öfter heute schon gespielt. Äh, war immer noch sehr stark. Hat öfter mal Top-2, Top-3 gemacht. Ob er im ersten gemacht hat, weiß ich noch nicht. Oder hab ich nicht mehr gesehen, weil ich dann raus aus dem Game war. Aber ja, grundsätzlich kann man ihn gut spielen. Volibear. Super interessant, weil er im Early-Game immer so gigastark ist, ne. Und zwar, ähm, wie viele Einheiten er mit seinen Blitzen trifft, ist immer abhängig von seinem Level. Jetzt ist er nicht mehr abhängig von seinem Level, sondern immer vier Einheiten. Ansonsten, äh, Volibear Relentless, äh, Storm Damage. Sein Damage geht runter auf Stufe 1 von 160 auf 110. Wie gesagt, Early-Game unglaublich stark. Äh, bei Stufe 2 von 175 auf 155. Aber, dann wirst du zumindest dafür belohnt, dass du ihn auf Level 3 machst. Von 190 auf 215 auf Level 3. Von daher, ich find allgemein Volibear sehr stark. Spielt ihn, super gerne. Äh, der Total Damage geht an der Stelle auf Level 1 auch runter. Auf Level 2 auch runter. Und auf Level 3 geht's auch runter. Ich denk trotzdem, dass es quasi ein Level 3 Buff ist. Ähm, aber, ja. Ich glaub, dass Volibear immer noch super, super strong ist. Vor allem, wenn man die Legends alle drei auf dem Feld hat, dann noch ein paar Kavaliere. Äh, aber die Kompliste hab ich ja gerade eben erst drüber gesprochen. Ansonsten, Quarki, Attack Speed, geht auch ein bisschen runter. Wie gesagt, Canineers, den Trait hat man übel gebuft. Und jetzt muss man halt die Canineers ein bisschen nerven, damit quasi der Trade nicht unbalanced ist. Ähm, ich fand's trotzdem, I don't know, ich fand Canineer nicht so geil. Ich glaub, der ist immer noch so wie vorher. Aber ich würd dann trotzdem immer noch in drei oder zwei Canineer drin bleiben. Deja Windblast Wave, ihr Damage quasi von ihrem, ähm, Spell, erhöht sich hier von 225 auf 250, von 350 auf 375. Und auf Level 3, um 300 mehr. Man muss aber auch sagen, Deja 3 ist schon ziemlich stark. Äh, ihre Passive Magic Damage geht hier aber auch an der Stelle runter. Das heißt, man will's ein bisschen kompensieren. Äh, sie soll nicht dieser Ordetect-basierende Drache sein, sondern eher diese Spell-basierende, so wie früher. In Set 6 beispielsweise die Lux, einfach alles wegbursten. Ähm, Hegrim, Max-Mana-Buff, ähm, wird einfach gebufft, ultet halt einfach schneller. Finde ich, ist eine ganz coole Sache. Wir hatten gerade eben über Ornn gesprochen. Äh, Ornn und Hegrim sollen ja quasi in die gleiche Sparte gehen. Ähm, dieser Gigamax-CC-Frontliner in der, äh, Late-Game. Und hier wird das einfach so ein bisschen angepasst. Und man hat dann einfach ein schneller Ult für Hegrim. Vor allem auf Level 1 tut's ihm ganz gut, weil er oftmals einfach nicht ultet hat. Schi-O-Yu, ähm, bekommt einfach weniger Damage, äh, beziehungsweise hat weniger Damage. Wir haben gesehen, Schi-O-Yu hat wirklich viel dominiert in den letzten zwei Wochen, oder beziehungsweise drei Wochen sogar. Äh, deswegen, Damage geht auf einen Stufen ordentlich runter. Besser auf der dritten Stufe, aber das ist ja egal. Äh, ansonsten der Knock-Up geht runter von 1,5 Sekunden auf 1,25 Sekunden. Wohlgemerkt, das war ein AOE in einer Reihe Knock-Up. Von daher, das tut ihm auch schon ordentlich weh. Und, ansonsten, äh, Syphon, sein Spell-Damage geht runter. Ganz wichtig, nur sein Dash, nicht der Biss, ja. Ich hab ihn heute gespielt, sah katastrophal aus, spielt bitte kein Syphon. Also, doch, wenn, wenn ihr die Optionen bekommt und ihr früh Syphon 2 bekommt, spielt nicht rein. Aber, ich hab ihn nicht gefühlt, ne. Ansonsten, Zaya, weniger Attack-Speed, wir hatten gerade eben schon drüber gesprochen. Sie sollen nicht mehr über Guild aufgebaut werden, sondern über Rage-Wing. Rage-Wing, dir nochmal ein bisschen mehr Attack-Speed und das soll es quasi kompensieren. Von daher, versucht es mal, äh, in die Richtung, äh, einzuschlagen. Ja. Ansonsten, Aureon-Zoll, war ja vorher so, ihr hattet quasi den Mage-Speed und dann war er okayisch, ne. Und ohne Mage-Speed brauchst du ihn gar nicht anzuschauen. Jetzt ist es quasi so, du bist nicht mehr abhängig von der Mage-Speed. Das heißt, er macht eine Ulti, trifft eine Menge an Einheiten. Diese Einheiten bekommen, äh, 20% mehr Damage für 10 Sekunden. Wenn du dann, dann nach 20 Sekunden den Speed nochmal machst, dann bekommen die Gegner nochmal mehr Bonus-Damage drauf. Von daher, du willst nicht viele Ultis machen, obwohl es dir auch nicht schadet, wenn du viele Ultis machst. Es ist eher so, dass du lange überleben möchtest. Das heißt, du willst lange Fights haben, du möchtest viele Frontliner haben, damit dieser Aureon-Zoll lange von hinten die Gegner bearbeiten kann. Und so den Fight am Ende gewinnt. Ansonsten, seine Mana-Kosten wurden angepasst, dann, äh, der Damage von seinem Black Hole wurde auch angepasst. Und auf 3-Star macht er einfach eine höhere, beziehungsweise eine größere Sphäre. Ne, macht ja auch Sinn. Er sollte Gegner töten, wenn er Level 3 ist, ne. Ansonsten, Pyke, äh, bekommt mehr HP. Allgemein reden wir jetzt gerade über alle Legendaries, die jetzt gerade so ein bisschen gebufft werden, weil die, ähm, Developer quasi nicht zufrieden sind mit den States der aktuellen Legendaries. Genau, Pyke, mehr HP. Shyvana hat niedrige Mana-Kosten. Das heißt, sie ultet öfter, äh, ihre Mana-, äh, ihre Armor und Magic-Resist gehen runter. Das soll quasi als Kompensation mit reinkommen, dass sie nicht viel zu stark wird, aber sie bekommen mehr Damage. Das heißt, sie macht auf Stufe 1, Stufe 2 und auf Stufe 3 mehr Damage. Vor allem diese Stufe 1, denke ich, ist cool, weil Stufe 1 hat sie nicht besonders viel gemacht, man hat sie eher als Trade-Bot gespielt. Von daher wird ihr das höchstwahrscheinlich gut tun. Soraka, äh, Star for Heal per Star. Sie macht einfach mehr Healing ab jetzt. Das heißt, auf Stufe 1 statt 100 macht sie 120, statt, äh, 150 macht sie 180 auf Stufe 2. Ja, Soraka, finde ich, ist allgemein schon ziemlich fein, ne. Ähm, von daher, umso besser, dass sie jetzt nochmal gebufft wird, für die, äh, Soraka-Liebhaber unter euch und die E-Girls, ich mein was. Äh, so, dann Zoe hat niedrige Mana-Kosten. Das ist krass, das ist sehr, sehr krass. Zoe ist meiner Meinung nach mit 3er Mage das stärkste Legendary, der überhaupt in diesem Game existiert. Du hast die Kale-Ultie drin, du hast die Jenner-Ultie drin, du hast die, äh, Iron-Ultie mit drin, du hast die Lux-Ultie mit drin. Das ist so overtuned und jetzt bekommt sie, oder hat sie auch weniger Mana-Kosten. Ja, das ist schon ziemlich krass. Spielt Mages, Leute. Mages super, super strong. Dann haben wir nochmal Bramble-West, wird gebufft, war vorher nicht so gut, hat jetzt, äh, einen ordentlichen Batzen mehr, äh, Armor, muss man sagen. Das ist echt viel. Und dann die Radiant-Variante, also quasi, ähm, aus diesem Relic da, aus, äh, dem Prismatic-Augment, das Bramble-West, äh, das stärkere, soll auch nochmal ein bisschen mehr Amor haben. Äh, Jewel-Gauntlet, ganz wichtig. Hier müssen wir kurz drüber gucken, oder drüber reden, was überhaupt Crit ist. Jewel-Gauntlet hat vorher weniger AP gegeben, ne? Das heißt 20 AP, jetzt gibt es 40 AP. Und darunter steht, dass der Crit-Strike-Damage auf 10 runtergeht, von 30. Das ist nicht eure Crit-Chance. Nicht mit der Chance, mit der ihr critet, sondern der Damage, der am Ende mit einem Crit bei rauskommt. Vorher war es so, dass du, nehmen wir an, mit einem Spell 1000 Damage gemacht hast. Äh, wenn der Spell critet, dann machst du halt 1300. 300, und jetzt ist es so, dass, wenn du Crit ist, machst du 1100. Aber, du bekommst ja mehr Grundwerte. Das heißt, sie ist nicht mehr abhängig, beziehungsweise Jewel-Gauntlet ist nicht mehr abhängig von Infinity Edge. Vorher, wenn du es auf AP-Units gespielt hast, äh, dann war es immer so, Jewel-Gauntlet AI, perfekt. Oder Jewel-Gauntlet plus 4 AP, passt. Jetzt so, dass es auch unabhängig von Infinity Edge bauen kannst, oder auch, wenn du es early bekommst, ne? Dann haben wir die gleiche Variante nochmal als Radiant. Äh, wie gesagt, äh, wieder aus diesem, äh, Prismatic Augment. Und hier geht auch der Critical Strike Damage runter, aber sie bekommt mehr AP. Also genau das gleiche Prozedere wie oben, nur mit anderen Werten. Und, Trinity Force hat weniger, beziehungsweise gar kein Crit mehr. Das ist stupid. Das ist super, super stupid. Äh, ich würde hier Trinity gar nicht mehr mitnehmen, finde ich gar nicht gut. Mana Zane hat, äh, jetzt mehr Mana. Also gibt mehr Mana. 50 mehr, das ist sehr ordentlich. Das sind 25%, also, beziehungsweise nicht 25%, 33,3% von 150 auf 200. Ja, würde ich immer mitnehmen, tatsächlich. Also auf Mages, die sowieso aktuell sehr stark sind, gibt das eurer Nami und ihr seid fein. Oder euren Rise, eins von beiden. Äh, Obsidian Cleaver Damage. Ähm, er hat einfach weniger AD. Statt 30 nur noch 20. Dann, äh, Rocket Protobelt ist quasi der Blitzkring-Hook von diesen On-Items. Und das gibt weniger HP. Wohlgemerkt, wir waren auch mal bei 850. Das heißt, wir haben über die, ähm, Patches hinweg die Hälfte an HP oder sogar noch mehr genervt bekommen. Das ist insane. Das tut schon richtig weh. Dann haben wir noch Best Friends. Genau, ich wollte euch gerade nicht ins Ohr husten. Genau, Best Friends Attack Speed, äh, geht runter. Auf allen Stufen, egal welche. Ich denke, es ist okay. Best Friends war ein ganzes Stück zu stark. Und wenn du Swift Shots gespielt hast, hast du es eigentlich immer mitgenommen. Von daher ist es okay. Wird es nicht, äh, kaputt machen. Das Augenblick wird immer noch gut sein. Aber kommt, äh, dem, balance, der balanceren Version ein bisschen näher. Äh, Blue Battery, ähm, ist quasi so, ihr startet mittlerweile mit Blue Battery einmal mit 20 Mana. Beziehungsweise, Blue Battery now sets the units Mana to 20 after casting instead of granting 20 Mana after casting. Genau. Es ist quasi Blue Buff, aber ihr könnt kein Blue Buff mehr bauen. Das heißt, Blue Buff und Blue Battery synergieren nicht mehr miteinander. Cutout Mind gibt jetzt 4 XP statt 3. Leute, nehmt das mit. Also, Real Talk nimmt das immer mit. Immer mitnehmen. Egal, wie es sich anbietet. Immer Cutout Mind mitnehmen. Es ist lächerlich, wie stark dieses Augenblick einfach ist. Ihr bekommt 4 EXP. Das ist quasi jede Runde 4 Gold extra dazu. Und überlegt mal, als erstes Augment, ihr werdet stinkreich. Oder einfach übel hart leveln können. Äh, ihr müsst halt kein Gold mehr fürs Leveln abgeben. Äh, Cybernetic Implants, Attack Damage, die geht überall runter. Finde ich euch okay. Ist, äh, die Cybernetic Variante mit der höchsten Windrate. Und unter den Prismatics ist es irgendwie unter den Top 3, Top 4 meist, äh, oder höchsten Windrate Prismatics. Von daher, das soll schon fein sein. Double Trouble. Ähm, die Resistenzen und AD und Ability Power gehen überall runter. Das tut weh. Und Nidalee wurde genervt. Also, ah, das tut, das tut Nidalee ziemlich weh. Aber ich denke, dass es trotzdem okay ist auf solchen Sachen wie Ion. Von daher, probiert euch da ein bisschen aus. Und das Mirage Augment geht nicht, also das ist quasi das Mirage Augment, was, äh, alle Mirage Einheiten findet. Und 5 Sekunden zu 90% Resistenz gegen, resistent gegen alle Order Tags und Spells gibt. Von daher, das geht nicht mehr 5 Sekunden, sondern 6 Sekunden jetzt. Also ein Riesen-Buff. March of Progress war einmal bei 5 Sekunden. Und jetzt ist es bei, äh, beziehungsweise hat vorher, äh, 5 XP gegeben. Jetzt, äh, auf dem letzten Patch wieder 4. Und jetzt in dem Patch endlich wieder statt 4, 5. Das heißt, sie haben quasi das wiedergebracht, was es vor ein paar Patches mal gab. Und jetzt vergleichen wir ganz kurz. Das ist ein Prismatic Augment. Und Cutted Mind. Wo war das denn? Cutted Mind. Vergleich das mal. Vorher waren die... Also jetzt ist das hier quasi das Gleiche wie das Prismatic von vorher. Ohne die Einschränkung, dass du hier sogar leveln kannst. Das ist schon insane. Ricochet would now prefer to bounce to farther Targets rather than nearby Targets. Das heißt quasi, vorher war es so, ihr habt eine Tristana oder einen Korki oder sonstiges. Äh, die haben ihre Out-Tacks in die Frontline geschmissen. Auf dem Tam Kench und, äh, dieser Proc ging nicht in die Backline, sondern direkt an den Frontliner daneben. Das ist halt so ein Bad Coding. Nehmen die jetzt wieder zurück, beziehungsweise nicht zurück, sondern die ändern das so jetzt, umso besser. Nehmen wir gerne mit. Und ihr seht, der Patch on Down ist übel lang. Ne? Ist insane. Evoker wird gebufft. Habe ich heute auf Rise gesehen. Super strong. Äh, Guild. Da haben wir einen Chase-Trade dazu gepackt. Ihr werdet 7er Guild fast nie hitten. Es ist viel zu schwierig. Aber wenn ihr es hittet, dann soll es giga strong sein. Shape-Shifter-Bonus auf 1 gesunken. Auf, äh, dem 6er-Trade gestiegen. Das soll wieder Nidale nerven, weil ihr immer im Late-Game in der Regel Psy-Fan oder Shio-Yu gespielt habt. Nicht Shibana. Und jetzt zwingt es euch dazu. Yo, guck mal. Du hast einen 6er-Trade, der super strong ist. Nimm ihn mit. Ich würde hier auch immer Shibana reinspielen. Vor allem nach dem Buff, den wir oben gesehen haben. Bloody Mirror Mana, äh, er startet jetzt einfach mit 20 Mana. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Ähm, kommt dem ganzen Mage-Buff zugute. Spielt übrigens Mage. Habe ich das heute schon mal gesagt? Ja, spielt Mage. Leute, ähm, Leute, spielt Mage bitte, ja? Mage ist insanely broken. Please do it. Just, just do it. Okay, perfekt. Dann haben wir das. Oh, das ist falsch. So, spielt Mages. Hm. Was haben wir denn noch? Braums Tooltip wird jetzt, äh, wurde angepasst. Ist nicht so interessant. Äh, Nico, ihr Shield geht einfach auf 3 hoch. Okay. Sie soll stark sein auf Level 3, ne? Das ist eine Focust-Unit. Talon Attack-Damage geht runter von 65 auf, äh, 60. Ist auch okay. Ich denke mal, das wird nicht großartig was ändern. Aber er war schon ein Stück weit zu stark. Und jetzt nimmt man ihm so ein bisschen Damage weg. Der Bart-Stun geht auf 1 runter und bleibt auf 2 und 3 gleich. Ist auch fein. Man hat vorher, äh, Bart reingetan. Der hat ein übel langes Stun gemacht. Äh, plus nochmal den, den Buff, beziehungsweise den Debuff auf die Gegner, dass sie mehr Damage kassieren. Und er hat einem nochmal die Odds unten erhöht. Von daher, das war schon sehr krass. Yasuo, letzten Patch genervt, jetzt nochmal genervt. Ist immer noch super strong. Bleibt dabei. Plus, äh, man, äh, Bug fixt ihn hier einmal. Vorher war es so, dass, äh, wenn die Einheit zu viel HP hat, konnte er sie nicht exekuten. Und jetzt wird er sie, ähm, zuverlässig exekuten können. Archangel zeigt jetzt an, wie viele Stacks du hast. Gensys Raidblade zeigt jetzt auch an, wie viele Stacks du hast. Äh, finde ich sehr, sehr angenehm. Äh, habe ich heute auch öfter gesehen. Von daher, äh, nimmt das gerne mit, ne? Äh, Seasrod Portal funktioniert jetzt richtig gegen Assassins. Von daher auch sehr, sehr geil. Äh, also vorher sind sie in die Backline gesprungen, sind dann in die Frontline gegangen. Oder haben die Carries angegriffen. Jetzt sollen sie in die Backline springen. Auf das Seasrod Portal springen, beziehungsweise auf den Träger. Und das erstmal töten und danach erst auf deine Units. So, wie es eigentlich gedacht war. Combat Training. Du startest einfach mit 8 statt mit 5 AD. Finde ich auch sehr angenehm. Double Trouble now grants a 2-Star Copy of Units. You have 3-Star before acquiring the Augment. Sekunder. Ich muss mal kurz gucken, ob ich das richtig verstanden habe. Eigentlich bin ich alles durchgegangen, aber das stand tatsächlich gestern gar nicht drin. In dem Patch-Notes, den ich gestern bekommen habe. Weil ich bekomme immer die Sachen so ein bisschen früher, äh, als ihr. Double Trouble now grants a 2-Star Copy of Units. You have... Ah, okay, das macht Sinn. Wenn ihr schon eine Einheit auf 3 habt, dann bekommt ihr auch nachträglich die Einheit 2-Star. Wenn ihr nebenan Stage 3-2 eine Niedle schon auf 3 habt, dann bekommt ihr sie nachträglich hinterhergeschmissen. Äh, Living Forge kann no longer... Okay, Living Forge gibt euch einfach nicht... Kein zweites Mal das gleiche Item. Ja, äh, Makeshift Armor. Mehr Matches und mehr Armor. Also die dritte Form davon finde ich super gut. Äh, ansonsten Double Up. Gibt's ein paar Änderungen, könnt ihr gerne selbst ein bisschen durchgehen. Ich werde wahrscheinlich Double Up selbst nicht so oft spielen, deswegen interessiert mich das tatsächlich nicht. Obwohl, wir können's ganz kurz überfliegen. Ähm, die Pick Order wird jetzt ein bisschen angepasst, sodass die Leute, die, äh, vorher einfach gelustigt haben, um die besten Odds zu bekommen, äh, die besten Items mitzunehmen, die werden jetzt bestraft. Das heißt, es gibt neue Pick Order und es wird jetzt auch angezeigt, wer als nächstes dran ist und so weiter, ne? Äh... Genau, das ist eher so alles so, so ein bisschen Quality of Life. Hyper Roll, Trainer, Steins, Double Feed, Normsy in Hyper Roll, 65% auf 50%, das heißt, die Double Feeden im Hyper Roll ist jetzt nicht mehr so hoch, sondern noch 50%. Star Caller gibt jetzt auf 3 einfach Full HP, ne? Äh, äh, dann haben wir unten nochmal ganz viele Bug Fixes, die könnt ihr gerne durchgehen. Aber, von meiner Seite aus, ich würde mich gleich nochmal in die Queue begeben, beziehungsweise erst essen, danach in die Queue. Äh, checkt gerne unten die Videobeschreibung ab, ich mach auch täglich Videos auf meinem YouTube-Kanal. Sollte ich eigentlich machen, aber wird es ab jetzt wieder geben. Habe jetzt 3 Tage eine kurze Pause gemacht, wegen des Carstens. Äh, genau. Checkt das gerne aus. Ansonsten, lasst gerne einen Kommentar da und, äh, lasst mal ein paar Grüße an Johnny da und auch gute Besserungen an Johnny. Ansonsten bin ich so langsam raus. Wie gesagt, checkt die Webseite aus, manio.com. Äh, dort findet ihr die besten Tierlists, äh, und ich aktualisier sie quasi jeden oder jeden zweiten Tag. Jeden ersten oder zweiten Tag, genau. Alles klar, äh, Chat, äh, YouTube. Bye, bye.